Herzlich Willkommen, liebe Clasher, bei mir mit dem Pluto, der mal wieder eine Runde mit euch clashen möchte. Ich habe noch ein War Recap mit euch vor, das heißt, dem bin ich auch schuldig aus dem vorletzten Clankrieg. Wir gucken mal rein gegen die Red Devils 7, haben wir einen 65 zu 59 gewonnen und das lag einfach daran, dass wir den Gegner sehr, sehr hoch gedreistert haben, nämlich hier bis zur 10 und der Gegner uns selber nur bis zur 12 geschafft hat. Das ist hier die Steffi. Steffi ist ein 9,5 Rathaus. Wir schauen einfach mal rein, wie wir uns beschlagen haben, fangen an mit der Nummer 24, das ist ein Angriff vom O und der O kommt mit einem klassischen Drachenangriff an, blitzt also eine Loon weg und kommt danach mit Drachen über eine relativ gerade Front rein. Er schickt danach die Loonz rein und ich denke mal jetzt wird ein Wutzauber kommen, jawohl da kommt er und die Drachen erwischen ganz ganz sauber die Lars, die Loonz machen, den Bogenturm, den Mienwerfer und mal gucken, ob sie noch den Bogenturm schaffen. Ja, das werden sie schaffen. Der Flächenschaden am Ende ist nicht mehr ganz so schlimm, was dem Ganzen keinen Abbruch tut. Es sind noch reiche Drachen über, nur noch ein Magierturm da. Der letzte Drache außen, links oben am dunklen Elex-Lager, kann nicht mehr aus der Base fliegen, da der King die Auslager gemacht hat und die restlichen Drachen, wir sehen wie viele hier jetzt noch über sind, machen die beiden größten Feinde in Clash of Clans, nämlich die Bauhütten. Und so war das ein richtig schöner Drei-Sterne-Kampf und wir gehen ein bisschen nach oben. Wir haben hier auf der 21 den Ragnar. Auch diesen Feind schauen wir uns an. Sehr schöner Riesenheiler und Hock-Kampf. Das heißt, die Hocks eher fürs Finish. Er kommt also mit Heilern und Riesen von oben in die Base rein. Ich würde sagen, eine nicht ausgewachsene Rater aus 9-Base, sondern eher ein relativ frischer Neuner, der noch viele Achterdeften hat. Das macht aber keinen Abbruch. Auch solche Bases können relativ gut sein. Der Laberhund in der Clansburg stört jetzt nicht wirklich. Von unten kommen schon die Hocks rein. Voll im Heel. Und es wird Flächenschaden eliminiert. Natürlich auch Gebäude, die sich gegen Hocks nicht wehren. Luftfeger und die Luftabwehr. Der Minenwerfer schießt sowieso nicht auf die Hocks. Jetzt kommt der letzte Flächenschaden. Danach haben die Hock-Reiter nur noch Einzelschaden vor sich. Und er kommt jetzt schon mit kleinen Cleanertruppen, nämlich oben links mit dem Lakaien. Na, das ist nicht viel, aber das hilft. Am Ende kann sowas sogar entscheidend sein. Cleared jetzt hier mit den Bowlern und mit seinen restlichen Truppen. Richtig schöner Drei-Sterne-Kampf. Wagner ist ja von den Helden auch noch nicht so hoch. Und das ist immer so eine Base. Genau für so einen Rathaus-Level. Wir gucken weiter nach oben. Ich muss mir einen passenden Fight raussuchen. Den gucken wir uns am Ende an. Der ist sehr, sehr schön. Vom Laut H-93. Laut H-93 genau auf Augenhöhe mit seinem Gegner. Und eine kleine Ecke sogar schwächer von den Helden her. Aber er entschließt sich hier mit der gleichen Taktik wie der Ragnar ranzugehen. Die Lars stehen ziemlich weit mittig bekommen. Die Heiler bekommen also überhaupt keinen Beschuss von den Luftabwehrern. Und die Riesen können wirklich gut reingehen. Der Funnel klappt richtig gut. Nachdem das große Elex-Lager auch weg ist, wird auch die Queen mit in die Mitte gehen. Da geht sie rein. Die Clan-Bug-Truppen sind allerdings schon eliminiert. Und er kommt jetzt von der rechten oberen Seite mit seinen Hawks rein. Setzt alle auf einmal. Hat noch zwei Heilzauber, die er gut setzt. Die Hawks werden super durchgeheilt. Trotz der Riesenbombe, das macht überhaupt nichts. In der Mitte tummeln sich Heiler Riesen, die super tanken. Außen läuft der King mit ein paar Bohlern. Also eigentlich eine perfekte Geschichte. Alles abgelenkt, vor allem von außen. Und es sind noch richtig viele Hawks dabei. Die Queen macht jetzt den letzten Bogenschützenturm. Und dann war das nur noch Abräumen. Vom Lauterer. Super Angriff. Auf ein Dorf, was auf Augenhöhe ist. Da wie immer im ersten Angriff auf unser Gegenübergehen. Super gemacht. Schauen wir noch wieder ein bisschen höher. Auf den Thorsten. Wir gucken mal. Das ist ein Dorf ohne Infernotürme. Aber mit sehr, sehr starker Rest-Dev. Die, so wie ich das sehe, für einen Rathaus 10 Max ist. 40er Queen in der Mitte. 36er König. Das ist schon ziemlich drackig. Aber wir gucken mal, was ich da so gemacht habe. Ich habe also erstmal mit Bohlern ein Funnel geschlagen. Was gut gelungen ist. Das haben Bohler überlebt. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Danach gehe ich mit den Riesen in die Mitte rein. Restlichen Bohler hinterher. Helden hinterher. Mein zweiter Sprung kommt, soweit ich mich erinnern kann, da ist er. Auf die Clanbook direkt. Gift vorausschauend reingepackt. Nämlich auf die Clanbook-Truppen. Die haben auch teilweise noch gefreezt. Da fällt das Rad drauf schon. Und König ist bis auf drei Viertel in der Base drin. Das ist auch klasse. Den Rest erledigen jetzt die Bowler und auch die Queen. Die Queen noch voll unter Heilung. Auch wenn die Heiler ein bisschen Geschuss bekommen. Es ist jetzt noch ein Heiler da. In der Mitte tummeln sich noch zwei Heiler ab. Bei den Riesen. Die machen jetzt noch den Tesla. Und dann waren das richtig gute drei Sterne hier. Ganz locker. Kling gezündet. Damit mir die Zeit nicht wegläuft. Und Superkampf. Drei Sterne. Auf ein Rathaus neuneinhalb. Deswegen heißt auch die Folge so. Das rechts. Nämlich. Wir gucken ein bisschen weiter nach oben. Auch unsere Zwei Sterne sind sehr gut. Sehr sehr hoch auch. Allerdings war das schon Hockes zweiter Kampf. Ich glaube sein erster war hier. Den gucken wir uns auch mal an. Auch er mit einer klassischen Bowler Kombination mit den Helden und vermutlich auch Riesen wieder in der Clanburg. So wie ich eben vorhin auch angegriffen habe. Der Funnel auch einwandfrei. Riesenbomben haben da oben. Schon ein bisschen viel Bowler weggemacht. Ist aber nicht so tragisch. Der Rest der Bowler und der Heiler plus der Helden gehen alle in die Mitte. Clanburg gefreezed und auch den einen Inferno noch erwischt. Den hinteren Inferno auch gefreezed. Mal gucken ob der noch mit down geht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja der geht noch mit down. Den Tanten geliesen noch ganz gut. Die machen jetzt erst das Lager da. Aber der Entferno ist weg. Bis hierhin waren schon 54% so hooper Angriff. und am Ende wird es dann doch noch mal ein bisschen eng. Wo die Einzeltruppen einfach zu viel Beschuss kriegen. Aber dennoch gute zwei Sterne von Hock auf sein Gegenüber. Der Nummer 4. Und wir gucken uns noch den ersten Fight an von Max. Max musste mit seinen fast Max Out Truppen gegen eine Max Out Dave angreifen. Wir haben den Angriff vorher peinlich durchgesprochen. Er kommt also über den über die Adler Dev mit einem kleinen Kill Squad. Was jetzt passiert ist ein bisschen doof. In diesem Feuer hier von dem Magiertum sterben nämlich alle Moorbrecher. Das ist jetzt eigentlich blöde. Aber das kann man irgendwie ausmerzen. Die Bauler gehen oben rechts rum. King und Queen gehen links rum. Clearen also gute Fronten. Da er danach mit Drachen angreift. Und die Drachen dann nicht mehr so viel Außengebäude haben mit ihrem Angriff und dementsprechend direkt quasi in der Base mit ihrem Feuer anfangen können. Ganz entscheidend ist eigentlich am Ende, dass uns der Luftfeger hier hinten bei der Queen sehr sehr hilft. Denn die Drachen kommen gut rein über die Ecke und machen jetzt sofort den Feger, der sich auch nur auf einen Drachen erstmal konzentriert. Damit ist gleich der Feger schon mal Geschichte. Worte hinterher hinter den Luftgruppen und jetzt können die eigentlich nur noch in die Mitte. Vor allen Dingen die Drachen. Jetzt passiert gleich folgendes. Der Feger fegt die Drachen immer wieder aus der Richtung raus, aber ab einem gewissen Moment fegt der Feger genau einen Drachen nochmal mittig in die Base und genau dieser Drachen wird gleich das Drator schaffen. Das sehen wir jetzt gleich. Die in der Mitte sterben erstmal alle. Und jetzt kommt der Drachen nochmal raus. Nochmal in den Wut rein. Ein einziger Drachen. Da ist er. Und der packt das Rad raus. Jawohl. Wunderbar. Bis hierhin waren es 48%. Borden noch am Leben. Ein paar Drachen noch am Start. Ein paar Gebäude noch gepackt. Super zwei Sterne von Max. Die Taktik war richtig gut gewählt. Mit Max-Drachen. Bohler zum Klieren. Sauber. Super zwei Sterne. Drei wären jetzt schön, aber waren super zwei Sterne und haben sicherlich dazu beigetragen, dass wir so hoch gewonnen haben. Ja, super. Ja, der CK war grün, der nächste CK ist leider rot. Woran das liegt, werde ich im nächsten Video erklären. Ich selber farme im Moment nur ein wenig nach. Ich möchte gerne die sechs Mauern, die ich hier unten noch habe, auf entsprechenden Level bringen, nämlich auf Level 10. Deswegen habe ich im Moment auch, ich habe keinen Bob frei, der nächste wird frei in einer Stunde. Und das wird der hier unten vom Lager sein. Ich mache danach mein Elex-Lager weiter, weil das fast nichts kostet. Und ich hier oben relativ gut an Gold und Elixier bestimmt bin und denke, dass ich die paar Mauern fertig bekomme. Irgendwann geht es dann mal mittig in die Dev rein. Fange wahrscheinlich an mit dem X-Bogen und dem Bombenturm die beiden nachzumexen. Ich habe immer max Schwarzes. Meine Walküren laufen noch viereinhalb Tage. Mal sehen, es kann sein, dass ich mir die Keyween einmal vorgämme. Das heißt, ich gebe mein Schwarzes für die Queen aus, versuche dann ein bisschen nachzufarmen für die Bowler, um die dann auf Level 2 zu stoßen. Das habe ich noch nicht entschieden, da muss ich mal gucken. Ein paar Games habe ich ja noch. Ich würde die Queen sofort fertig machen. Ihr seht das unter Umständen in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Toto Clashed. Toto Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020